und damit herzlich willkommen zu und ich bin gespannt was hier überhaupt abgeht das ist der wahnsinn so wir haben also hier diesen futze rein geht so springe so gut und der rest ist klar ist klar so das soll entscheidend ein jump and run spiel sein also es hat richtig geil ausgesinnt ich bin wirklich gespannt was hier abgeht es geht hier ab sie stehen halt hier Navy Commando Training genau hier gehen wir rein ich bin gespannt was hier abgeht ich bin gespannt was hier ich bin gespannt Jawohl, sauber, Junge. Scheiße! Ach du Depp! Sauber, Junge. Du bist ein Tier. Ah, zu weit! Das ist ja richtig spaßig. Sauber. Gut. Ach, was möchtest Du dann, Puppi? Ich werde doch wohl mal rüberkommen. Ich werde doch mal rüberkommen. Gut, Kollege. Ja, Mann! Ich bin der Beste. Scheiße! Gott, du du besser wär! Ja, das ist jetzt Training. Jetzt bin ich gespannt. Moment, Moment, Moment. Äh, Training. Da waren doch mehrere Dinger, ne? Was ist denn jetzt kaputt? Multiplayer? Wo war denn das jetzt mit dem Training? Da waren doch mehrere. Was ist denn mit dem Scheiß Training? Legends? Ja, Kommandotraining. Ja, genau. So, also aufgepassteckte Meier. Den ersten Hottemeier? Machen wir doch jetzt mal den zweiten. Oh, lieber Gott, meine Nerven. Hahahaha. Ich hab den Raum anlaufen. Ja, Baby. Ja, Baby. Ja, Baby. Oh! Hey! So weit ist es nicht geplant, gell? Schweine! Schweine! Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoh. Uh! Das bringt ja lieber Spaß, ey! Der ne Trat steckt, ne? Hey, du Sack! Oh! Oh! Ah! Falsche Tasse gedrückt, ich Idiot. Oh. Gott, bin ich blöd. Scheiße. Oh. 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 Nein! Kacke! Scheiße. Alter! Ja! 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 Ey, das ist hier ein richtiges Spaß, ey! Wahnsinn! Äh, continue to next level, jawoll! Oh, heilig, Blechle! Erstmal auf! Oh, neun, 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 neun! Ha, 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 ha! Das war doch so einfach! Oh! Ups! Zwar ein Fehler! um am jv jv am jv jv a o o o jv a a a a b a a a a a a a Alter, was ist das für ein Ding, ey? Oh, du Depp! Der hat irgendwie voll den Drall nach rechts und dann nach links immer. Oh, was ist das für ein Ding? Oh, was ist das für ein Ding? Oh, was ist das für ein Ding? Fuck, Mann! Ey, Alter! Gut. Ey, hallo? Ja! Ja! Ey, so schlicht bei gar nicht. 1683 hierhin, 1312 hier. Ey, hallo hier! Richtig nice! Also... Stärkst, fiat! Oh, mein Nerven! Oh, mein Nerven! Oh, mein Nerven! Oh! Ohhhh! Ahhhh! Es kommt so einfach, ey! Oh! Oh, nein! Der hat schon so einen grimmigen Blick drauf! Oh, was möchtest du denn? Du Depp! Ohhhh! Ahhhh! Was möchtest du denn, Bubi? Oh, gut. Echt, das ist ganz so einfach, ey! Scheiße, Mann! Ohhhh! Ohhhh! Ja, 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 ja! Das macht ja einen Heidenspaß, das ist hier der Wahnsinn. Oh, was möchtest du? Oh, was möchtest du? Gut. Nein! Scheiße! Ey, was ist weg? Oh, du bist doch ein Simpel, ey. Okay, das ist... Gut. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ah, mein MERV! Ich werd doch wohl mal dort die badblöde Dinger dann umspringen können. Gut, 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 gut. Ah, halt noch. Nein, 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 oh, ey. Ich stelle mich auch, gell, das ist Wahnsinn. Oh, juhu. Juhu. Oh, vergessen zu springen. Ich glaub, wenn man das echt... Nein, wenn man das so schnell macht, ist es definitiv einfacher. Einfacher. Oh, was geht das? Gut, erst mal auch schnell. Oh, Katosch, spring doch, du Pfeife. Hey, Jump'n'Run war noch niemals. Also wirklich, ich geb's ehrlich zu. Oh, komm. Oh, komm. Unglaublich. Spring doch, Mensch. Und ich... Spring doch, Mensch. Spring doch, Mensch. Ich bin ja nicht einmal da oben angekommen. Wie peinlich ist das denn? Das gibt es doch gar nicht. Das gibt es nicht, oder? Ey! Springt doch, Kerle. Ey, sag mal. Man kann sich ja blöd anstellen, ne? Das gibt es doch nicht, oder? So, jetzt kommt es doch nicht, oder? gut so Jungs wir machen hier jetzt genau ein Cut also wenn ihr sehen wollt wie schlecht ich bin bei der nächste Party dann bleibt dran Jungs bleibt dran ihr werdet es erleben für heute bedanke ich mich fürs Zuschauen also es macht einen heilen Spaß wirklich geil und ich sage hier an dieser Stelle danke fürs Einschalten und tschüss mit dir tschau mit V und bis zum nächsten Mal für heute cs